So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Cyberpunk 2077. Wir haben eine Nachricht von Rogue bekommen. Und wie war es bei den Ölfeldern? Genauso eine Zeitverschwendung wie die... Alle klar. Äh nein, da wollen wir nicht hin. Wir könnten ja mal... Genau, da wollen wir mal hin. Wir wollen sogar ein bisschen einfacher. Na, komm. So. Ach, wie sind die hinten? Ach du Scheiße. Naja, gehen wir gleich mal hier hin. Dann machen wir mal diese Mission. Machen wir erstmal so nebenbei so ein paar Aufträge, ein paar Nebenmissionen. Was noch so da ist. Ich will das Let's Play ja auch nicht so großartig in die Länge strecken, aber... Die Hauptsorgie war ein bisschen... Es soll ja noch in DLC auskommen. Und die Frage ist wann. Mal gucken. Wir machen erstmal noch ein paar Nebenmissionen. So. So, dass wir vielleicht nur eventuell noch ein bisschen stärker sind. so wenn wir unsere karte holen entfernen 30 meter bist du wie mich das beantwortet nicht die frage ja ich bin ja das bin ich gut dann mal los wohin denn little china ich habe lust auf hohen kong pao schön scharf gewürzt ja dann fahren wir zu little china stört dich das nicht was die granate also die in deinem gesicht man gewöhnt sich dran ich muss halt nur aufpassen dass ich mein popel nicht den stift ziehen blablabla blablabla bisschen eatig Hat man das Auto gemacht. Junge, Junge. Wir sind hier, nur weil du Hunger hast? Kann man so sagen. Alter, wer ist er denn? Bevor wir hier, warte mal. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Scheiße, was war das? Was ist so ein anderen Artenfetischist? Was ist so ein anderer Artenfetischist? Keine Zeit für Spiel. Ja! Was ist so ein anderer Artenfetischist? Was ist so ein anderer Artenfetischist? Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, weh. Und entspann dich etwas, ja. Was ist so ein anderer Artenfetischist? Und achtet auf ihre Augen, kalt und tot. Ihr Konzern existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Oh, besser gesagt, Tottenwandel. Oh, besser gesagt, Tottenwandel. Äh, nein, hab ich nicht. Ah, siehst du, siehst du? Siehst du? Ja. 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 Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. Wenn ihr ihre Existenz wesentlich leugnet, haben sie schon gewonnen. Okay. Und das war's mit ihnen. Na, warte mal. Schater. Wie kommen wir hier? Ah. Fahrzeug. Ah. Hab ich schon mal. Maramanie noch. Maramanie noch. Wo haben wir das denn? Ach du Scheiße. Das ist doch, warte mal, das ist doch. Was haben wir hier noch? Jetzt sind die Kämpfer noch weg. Das ist okay da. Ach so, das habe ich noch nicht so ernst gefunden. Das sind die Schuhen. Das ist der Kampf. Der Auftrag. Ach ja, das ist ja, so was haben wir hier noch? Ich bin hier raus, wo das Ritual stattfindet. Ich bin hier raus. 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 Ah, jetzt hängt mir die Waffe hier irgendwie an. Ich bin hier raus. 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 Ah ja, das ist das nicht drin. Gage sehr schön Gage Alter, was ist denn hier für einen Kaff? Boah. Wie? Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Reizende Nachbarschaft. Genau. Was zum Fick? Alles okay? Lilith hat den zehnten Kreis vor den Augen der Ahnen verborgen. Was zur Hölle ist das? Ich hab ein mieses Gefühl, wie... Ich seh mich besser um. Äh... Ein Augenblick. Da kümmern wir uns mal wirklich mal drum, weil es sendet hier. Oh, scheiße. Ne Leiche. Warte mal. Ah, warte mal. Hier haben wir ja noch ein paar... Äh... Da wird auch schon geskinnt, oder? Das war's. Ein Umblick mal kurz. Kumpmaschine. Hmm Hmm Wir warten mal, ach ja, da wurde ich einmal kurz nach unten Okay. What is the city here? Ne Biogranata. What do we have here? Ne Kata. What do we have here? Let's go. Oh. Ow. So, warte mal. Wir haben noch einen Splitter. Äh. Äh. Ähm. 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 Kürzliches. Broschüre, Notiz. Ach du Scheiße. Kürzliches. 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 Ja, wir sind hier. Was ist Sven? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Oh Scheiße Wer war sie denn? Warte mal, wir könnten ja mal was machen. Habe ich den Katan noch bei? Mal gucken. Ja ich kann mal... Hätten die gewusst, dass da was aus dem Kühlschrank rauskommt. Geile Nummer. So, ein Augenblick im Inventar. Ähm... So... Schlagstock... 400... 497... 472... Ähm... Elektrischer Bieterschlagstock... Physischer Schaden... Hier werden wir den Wechseln... So... Nehmen wir mal kurz auf Item... Äh... 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 Kann man noch nicht... Upgrade... Mal gucken mal an... Hier... Äh... Wo, 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 wo... Wo ist denn der da? Ach so warte mal... Standard... Ah da... Habe ich es gefunden... Ja... Aber das kann ja in dem Sinne so eigentlich... Jetzt... Oh ne... Und... da ich haben noch ein paar Motts... So... Das war's für heute. Ich mach ihn doch! Ich mach ihn doch! Das war's für heute. Wasi. 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 Vielen Dank.